Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial des Tanoa Live Servers. In diesem geht es um das Gefängnis und die Möglichkeit Inhaftierte zu befreien. Dazu benötigt ihr eine Bombe, die ihr im aufleuchtenden Spazmarkt kaufen könnt. Diese nehmt ihr mit zur abgebildeten Gefängnistür, platziert sie und verteilt den Einbruch 5 Minuten lang. Dieselbe Zeitspanne habt ihr für die Befreiung der Insassen zur Verfügung. Im Gefängnis kann die Kantine benutzt werden, um verschiedene Leckereien zu kaufen. Damit habe ich euch alles über den Ausbruch nahegebracht. Seid vorsichtig bei Fluchtversuchen und viel Spaß auf dem Tanoa Live Server von der Sippe.